Ich bin ein Lutscher, dass ich es gekauft habe. Ich schwöre bei Gott, ich bin ein Lutscher, Digger. Ich bin ein Lutscher, dass ich durch diese beiden Käufe hier die ganze Scheiße mitfinanziere. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hier ganz ehrlich. Boah, Alter, guck mal, hier ist ein sehr, sehr interessantes. Ich denke, das könnten wir uns auch mal schön geben. Hallo meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nestlé, die sind seit Jahrzehnten dafür bekannt, die Umwelt zu zerstören, Kinder und Sklavenarbeit zu billigen, ganzen Völkern die Lebensgrundlage mit dem Wasser zu entziehen und es ihnen teuer wieder zu verkaufen. Sie sind verantwortlich für Skandale überall auf diesem Planeten und haben eine unbekannte Zahl an Kindern auf dem Gewissen, werden sie Milliardengewinne generieren und zum wertvollsten Nahrungsmittelunternehmen der Welt wurden. Aber es ist alles noch schlimmer. Denn jetzt haben sie eine Kampagne gestartet, mit der sie sich selbst als Retter von Mensch und Umwelt darstellen wollen. Ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich kein Video über Nestlé machen, weil ich davon ausgegangen bin, jeder von euch weiß eigentlich schon Bescheid. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Äh, sauber. Ja, ja, kenn ich, kenn ich, Bruder, kenn ich, kenn ich. Ich hab von dem Fall gehört, ja. Es ist Zeit für eine Abrechner. Ist das laut, Freunde, oder? Ist das laut? Oder ich hoffe, dass es nur die, ich hoffe, dass es nur die Musik ist. Ich werde Nestlé übrigens die ganze Zeit Nestle. Ist okay vom Sound, ja? Nur Intro, ne? Jetzt geht's, oder? Aus Disrespect. Offensichtlich hat das Internet eine ziemlich schlechte Meinung von Nestle. Das ist voll unfair, oder? Ansonsten in der Gesellschaft ist Nestle gar kein Thema. Das Geschäftsmodell läuft überall blenden. Nestle stellt sich jetzt der Öffentlichkeit. Also, zumindest dem Internet. Man will ja keine schlafenden Hunde weg, nicht? Was für Richtlinien, Dicker? Bei welchen Belangen? Was meinst du mit Richtlinien? Und ich sage euch, was sie da produziert haben, das schlägt dem Fass den Boden aus. Doch bevor wir da rein starten, lasst uns ein kurzes Check-up machen, was sich Nestle so geleistet hat und was da alles passiert. Allgemein, die ganze Sache, die wir vorhin diskutiert haben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir sind ja nur an der Oberfläche geblieben. Deswegen, ich weiß schon, ich weiß schon, Dicker, dass man hier nicht mehr alles sagen darf in diesem Land. Ich weiß, ich weiß, schon gar nicht in der Öffentlichkeit, Dicker. Zu Hause in deiner Stammkneipe da irgendwo oder mit deiner Family kannst du natürlich sagen, was du willst. Aber sobald du in die Öffentlichkeit triffst, musst du hier schon sehr, sehr aufpassen, Bruder, in unserer Demokratie. Das passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Nestle ist derzeit Platz 42 aller Unternehmen der Welt und hat 2021 einen Reingewinn von 16,9 Milliarden Schweizer Franken erwirtschaftet. Not bad. Und ein Viertel des Umsatzes wird nach wie vor mit den Getränken in flüssiger und Pulverform erwirtschaftet. Und um euch einen Eindruck zu vermitteln, wie krass die Größe des Konzerns ist, hier mal ein kleiner Überblick. Tja, so einen riesengroßen Konzern, den baut man doch bestimmt ohne schwerste Verbrechen auf, oder? Aber absolut, abgesehen davon, dass man das Leben von hunderttausenden Kindern wissentlich aufs Spiel gesetzt hat und unkalkulierbar viele gestorben sind. Und ja, auch mal abgesehen von all den anderen Dingen, von denen ich euch jetzt noch erzähle. In den 70ern kam ein extremer Baby-Nahrungsskandal ans Licht der Öffentlichkeit. Was war passiert? So, jetzt wird's hart, Freunde. Schnallt euch bitte wieder an, ja? Jetzt kommen wir zu einer sehr, sehr harten Dynamik. Sehr, sehr harte Dynamik, Dicker. Äh, 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 sehr, sehr harte Thematik. Unfassbar, Dicker. Nestle brachte den Müttern bei, dass ihr Milchpulver ab dem sechsten Monat für ihr Kind besser sei als Muttermilch. Sie bestachen sogar Fachärzte, damit die im Namen von Nestle sprachen. Und wem vertrauen Mütter? Ärzten. Es ist auf jeden Fall moralisch mindestens so falsch, wie gezielt arme Frauen damit zu targeten. Nestle startete da eine regelrecht bösartige Werbekampagne. Man schickte Verkäuferinnen getarnt als Krankenschwestern, um Gratisproben zu verteilen nach Afrika und Asien. Und diese Proben waren strategisch so gepackt, dass die Frauen am Ende der Probe davon abhängig waren, weil sie keine Milch mehr produzierten. Das war unethisch. Viele der Mütter hatten keinen Zugang zu sauberem Wasser oder wussten nicht, dass man Wasser abkochen musste. Oder hatten keine Möglichkeit dazu. Und Nestle wusste das. Und damit so ein Glas mit Milchpulver länger hielt, neigten arme Mütter dazu, ihren Kindern zu wenig davon zu geben. UNICEF schätzt, dass ein mit Säuglingsnahrung ernährtes Kind unter diesen Bedingungen zwischen 6- und 25-mal häufiger an Durchfall und 4-mal häufiger an einer Lungenentzündung stirbt als ein gestilltes Kind. Haben Sie sich entschuldigt? Haben Sie diesen kolossalen Fehler eingesehen? Nein, nein. Wie ein deutscher Wirtschaftsphilosoph einst sagte, Krise kann auch geil sein. Also schlugen sie daraus einfach Profit. Sie sagten erstmal, ja, ist lange her, ne? Jetzt haben wir da jetzt auch keine Beweise mehr dafür. Aber wenn ihr da jetzt schon meckert, kümmert euch doch mal besser um saubere Trinkwasserversorgung. Hier, übrigens, kauft unser Pure Life Wasser. Und manchmal kriegt die Bevölkerung sogar eine Wasserleitung gelegt, während sie ihre Brunnen trockenlegen. Aber gleich dazu. Es gab jedenfalls tausende von Todesfällen und die Formel wurde von den Medien sogar als Babykiller bezeichnet. Jetzt verschluck dich nicht gleich an deinem Nespresso, what else? Die WHO musste 1981 einen internationalen Kodex für die Vermarktung von Milchersatzprodukten einführen, um diese Praxis zu beenden. Aber ist Nestless Baby-Nahrung wenigstens jetzt gut? Nestless-Produkte basieren nicht mal auf ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern sind vor allen Dingen auf Profit und Wachstum auf Kosten von Säuglingen ausgerichtet. Wohlbekommens! Da wären wir wieder bei Kindern. Und wir haben ja schon festgestellt, in mehreren Themenbereichen, dass hier hart auf Kinder geschissen wird. Ihr wisst, Nestless ist der weltweit größte Mineralwasseranbieter. Und wenn man eine Firma gründen will, dann heißt es ja immer, hilf dabei, Probleme von Menschen zu lösen. Nun, Problem... Und dich packen die zehn Jahre weg, absurd. Ja, Dicker, das ist genau das, Bruder. Das ist genau das, Dicker. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich werde das nicht los, diese Gedanken, ja? Ich werde diesen Gedanken nicht los, was hier für Machenschaften abgehen, teilweise in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter und so fort. Da ist irgendein Unternehmen, was einfach Hungersnöte ausnutzt oder Hungersnöte erst verursacht, Leidensszenarien verursacht, um daraus Profit zu schlagen. Das Ganze wird recherchiert, rekonstruiert, teilweise bewiesen, dies, das, jenes. Und es passiert einfach rein gar nichts. Es passiert einfach rein gar nichts. Und Kinder haben nun mal keine Lobby, ne? Wir haben gerade gelernt, sehr viele Eltern scheißen auf ihre Kinder, ja? Obwohl sie immer tun, ja, meine Kinder und Familie, Kinder, Familie, Kinder, Familie. Aber im echten Sinne scheißen sie einfach drauf, weißt du? Und die Kinder können sich nicht wehren. Erstens haben sie nicht die geistige Reife dafür. Und zweitens haben sie auch nicht verbal die Möglichkeiten, ne? Du bist halt ein Kind. Keine Lobby. Bitteschön. Wenn deine Eltern sich nicht kümmern, Digga, bist du gef***t. Menschen. Was machen Menschen? Wenn Menschen kein Wasser trinken, dann sterben sie. Das ist ein Problem, könnte man sagen. Also ist Wasser verkaufen eine gute Idee. Aber eben nur, wenn die Leute kein Wasser haben. Das Geschäftsprinzip ist einfach. Man zapft das Grundwasser an, der Grundwasserspiegel sinkt für alle, die Brunnen fallen trocken, das Land trocknet aus und die Menschen drumherum verdorsten oder trinken dreckiges Oberflächenwasser. Oder sie kaufen dein Mineralwasser, das du aus ihrem Grundwasser entnommen hast. Das ist ja brillant. Wie etwa seit 2013 in Pakistan. Und das skaliert, je weiter der Grundwasserspiegel sinkt. Und da sage mal einer, Rüstungsunternehmen seien unethisch. Vorstandsvorsitzender Peter Brabeck-Lettmarte sagte, es gibt zwei unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Oder Wasser. Die eine Meinung, die ich für extrem halte, wird von den NGOs vertreten, die darauf schwatzen, Wasser zu einem öffentlichen Recht zu erklären. Das bedeutet, dass sie als Mensch ein Recht auf Wasser haben sollten. Das ist eine extreme Lösung. Ich habe News für euch. Wir bestehen zu 80% aus Wasser. Wasser ist kein DLC, um den vollen Funktionsumfang zu genießen, sondern der verdammte Strom, mit der die Konsole läuft. Aber es wird noch besser. Auf dem zweiten Weltwasserforum im Jahr 2000 drängte Nestle darauf, den Zugang zu Trinkwasser von einem Recht zu einem Bedürfnis zu machen. Übrigens bereichert sich Nestle nicht nur am Grundwasser in Dritte-Weltländern. In Kalifornien entnimmt Nestle. Die wollen das von einem Recht zu einem Bedürfnis machen. Also von Recht auf Wasser zu einem Bedürfnis vom Wasser. Krass, Digga. Krass, krass wie die dribbeln, Digga. Krass wie die dribbeln. Und weißt du, wo die das alles dribbeln? In der dritten Welt. Nämlich da, wo es uns auch am Arsch vorbei geht. Schiehst du? Weil nicht wir direkt davon betroffen sind. Weißt du? Was juckt mich, ob irgendwo da der Brunnen leer gesaugt wird in Afrika. Ich bin doch hier in Deutschland. Weißt du? Bei mir kommt Honig aus dem Wasserhahn. Nestle seit 1988. Unsere Ignoranz, Bruder, und unser Zusehen, und unser Schweigen, Bruder, wir sind Mittäter. Ob du willst oder nicht, Digga, ob du willst oder nicht, wir sind Mittäter. In dem Moment, wo wir nichts dagegen tun, wo wir nicht aufstehen, wo wir uns nicht dagegen wehren, ermöglichen wir das Ganze. Unser Protest ist nicht da. Schiehst du? Und wir haben mehr Macht, als wir denken. Wir haben mehr Macht, als wir denken. Wir sind aber leider zersplittert in 25.000 Gruppen und keiner engagiert sich mehr für irgendwas. Weißt du? Das ist die traurige Erkenntnis aus der ganzen Sache. Also wir machen uns mitschuldig. In dem, in dem wir, okay, wir gucken jetzt die Reportage, regen uns einmal kurz auf und das war's dann. Weißt du, was ich meine? Aber damit ist es halt nicht getan so. Ohne Genehmigung Wasser aus dem San Bernardino National Forest. Aufgrund der Dürre in Kalifornien. Würde sich nur die Hälfte von Deutschland gegen Nestle wehren, gäbe es die Firma nach einer Woche nicht mehr in Deutschland. Zum Beispiel, ja genau. Genau so. Aber die Leute geben einen Fick. Weißt du? Die Leute geben einen Fick. Weißt du? Man will die schönen Nestle-Kakao, man will die Nestle-Cornflakes, man will die Nestle-Schokolade, man will die Nestle-dies, Nestle-das. Weißt du, was ich meine so? Wie, ich soll jetzt auf meine Schokoriegel verzichten? Nur weil da irgendwelche Kinder irgendwo verrecken am anderen Ende der Welt? Ja, so weit kommt's noch. Sagt selbst Starbucks, dass sie ihre Ethos-Wasserabfüllanlage von Kalifornien nach Pennsylvania verlegen. Darauf angesprochen, ob nicht auch Nestle die Förderung von Wasser ein bisschen reduzieren wollen würde, sagt Nestle-CEO Tim Brown. Absolut nicht. In der Tat, wenn ich den Wasserabfüllbetrieb erhöhen könnte, würde ich das tun. Und das Lustige ist, niemand weiß genau, wie viel Wasser sie überhaupt ziehen. Eine unabhängige Analyse beziffert ihren gesamten Wasserverbrauch dort auf eine Milliarde Galonnen pro Jahr. Machen wir mal ein kleines Ratespiel. Was denkt ihr, was es Nestle kostet, eine Million Galonnen Wasser aus dem Boden zu ziehen? Falsch. Egal, was ihr gesagt habt. Es sind genau 524 Dollar im Jahr. Richtig gehört. Ja? Ja, ja, ja. Nestle. 524 Dollar im Jahr kostet, eine Million Galonnen Wasser aus dem Boden zu ziehen. Falsch. Eine Million Galonnen. Falsch. Egal, was ihr gesagt habt. Es sind genau 524 Dollar im Jahr. Richtig gehört. 524 Dollar im Jahr. What the fuck, Dicke. Das machen die mit einer Palette Wasser weg. Mit einer Palette Wasser haben sie direkt alles wieder rein investiert. Die ganzen Investitionen wieder reingeholt. Krass. Ja, ja, ja. Nestle druckt halt Geld. Umsonst. Und dafür müssen sie nur Kalifornien weiter mit austrocknen. In Michigan bezahlten sie für 500 Millionen Liter Wasser gerade einmal läppische 200 Dollar. Und der Verkaufserlös dieses Wasser war 100 Millionen Dollar. Und der Verkaufserlös dieses Wasser war 100 Millionen Dollar. Ach du Scheiße, Dicke. Das ist meine Gewinnmarge, Britta. Ey Bruder, wer will noch Kokain verkaufen? Dicke, die Kokain-Dealer sind... Was ist denn mit denen, Dicke? Dicke, wollen wir uns dann eine Kokain-Reportage reinziehen und uns da mal die Margen angucken? Das ist ja ein Scheiß, Dicke. Das ist ein Scheiß, Dicke. Man muss Wasser verkaufen, Dicke. Hammerhart. Aus 200 Dollar 100 Millionen gemacht. Na, wenn das mal kein rekordverdächtiger Gewinn ist. Und in Europa sieht das nicht anders aus. Macht euch da keine falschen Vorstellungen. Wenn ihr irgendwas für die Welt und euer Portemonnaie tun wollt, was wirklich kein Aufwand ist, trinkt Leitungswasser. In Deutschland ist das an den meisten Stellen fantastisch. Äh, tue ich übrigens die ganze Zeit. Hm, ne? Tue ich die ganze Zeit. Habe ich die ganzen 10 Jahre im Gefängnis. Mache ich auch in Freiheit. Ich trinke Leitungswasser. Wer von euch auch? Wer von euch kauft Wasser? Jetzt mal im Ernst. Wer trinkt Leitungswasser? Selbst wenn es schrecklich wäre. Die Hälfte des Wassers im Nest des Flaschen ist Leitungswasser. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Ihr kauft einfach Leitungswasser. Ihr kauft, ihr kauft Leitungswasser, Digga. Die füllen das einfach nur eine Flasche ab, Digga. Du bezahlst also den Service des Abfüllens, Digga. Du könntest auch selber einfach nur eine Flasche nehmen und es einfach selber in die Flasche füllen. Damit sparst du sehr viel Geld, Digga. In der Regel brauchst du eine leere Flasche. Plain and simple. Das ist irre, oder? Und ihr Idioten bezahlt Geld dafür. Das ist besser als Drogen zu verkaufen. Übrigens bezieht Nestle illegal. Oh, guck mal, er sagt selber, besser als Drogen zu verkaufen, Digga. Ihr Idioten bezahlt Geld dafür. Das ist besser als Drogen zu verkaufen. Übrigens bezieht... Warte, warte, er hat hier, warte, warte. Das ist irre, oder? Da kommt hier unten eine... Warte. Ihr Idioten bezahlt Geld dafür. Das ist besser... So, pass auf, ich mach mal kurz mein Dings weg. Pass auf, pass auf, pass auf. Damit ihr das seht. Ihr... Ihr... Einkauf. Ein Dollar... Gleich... 2000... Ne, 2.500.000 Liter... Also 2,5 Millionen Liter Wasser in Michigan, USA. Ein Dollar gleich ein Gramm Kokain. In Lima, Peru. Verkauf, Wasser, halbe Million. Kokain, 100 Dollar, ungestreckt. Ach du Scheiße, Digga. Und ich schwör bei Gott, ich kenn das Video nicht, ne? Ich kenn das Video nicht. Ich hab das vorher nicht gesehen, Bruder. Ich hab das spontan draufgeklickt, weil das ist, glaub ich, vor 2 Stunden, da war ich schon im Stream. Das ist erst vor 2 Stunden rausgekommen, glaub ich, das Video. Also ich kenn das nicht. Nur damit das... Ey, Digga. Warum f*** ich uns so hart? Warum, 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 warum? Es ist halt Drogen zu verkaufen. Übrigens bezieht Nestle illegal Wasser aus Brasilien für seine Marke Perrier. An der Wasserflaschenfertigung in China verdient Nestle gleich doppelt. Zum einen ist sie günstig. Man hält sich nicht an Umweltauflagen. Und weil das Wasser so verschmutzt ist, verkauft Nestle vor Ort nochmal mehr Flaschen. Weil die Leute müssen ja irgendwelches Wasser trinken. Aber ganz ehrlich, das muss man nochmal ein bisschen optimieren. Da ist bestimmt noch ein bisschen Marge rauszuholen. Das ist noch zu teuer. Da fehlen noch ein paar Kinder in der Wertschöpfungskette. Findet ihr nicht auch? 2010 kam durch die Dokumentation The Dark Side of Chocolate heraus, dass die Kakaobohnen von Kindern, die als Sklaven an die Elfenbeinküste verschleppt wurden, stammen und nicht von fleißigen Elfen, wie der Ortsname jetzt vermuten lassen würde. Nestle wusste das. Wenn schon Sklavenarbeit, dann aus Überzeugung. Aber laut Nestle wird ein Großteil der unbezahlten Kinderarbeit in der Schokoladenproduktion von Kindern geleistet, die auf den Farmen ihrer Eltern arbeiten. Warte kurz, warte kurz. Ich gucke. Ich gucke ganz kurz. Warte kurz. Nur um sicher zu gehen, dass ich... Nee, vor einem Tag. Vor einem Tag kam das Video. Das ist ganz aktuell, Digga. Das ist ganz neu. Okay, also sind nicht alle Kindersklaven, die in die Schuldgelechtschaft verkauft wurden, sondern nur ein paar. Wow, toll Nestle. Das ist wie das KitKat hier. Nur noch 70% düster. Es sind übrigens allein an der Elfenbeinküste 260.000 Kinder, die unter Umständen die gegen UN-Richtlinien verstoßen auf den Plantagen am Arbeiten. Nestle ist nicht besonders gesund für Menschen. Also wenn ich das so höre, da bleiben mir direkt meine Schokokrispys im Hals stecken. Aber hier geht es jetzt gar nicht um sowas langweiliges wie, dass sieben der 15 Frühstückscerealien mit den höchsten gehaltenen Zucker, Fett und Salz Nestle Produkte sind. Weil ich meine, wen überrascht das? Nein, eher was Persönliches. Ich schwöre über Gott, ich bin auch nicht besser. Ich bin kein Stück besser, ich schwöre über Gott. Und ich kenne von der Thematik. Ich meine, ich kenne diese Thematik. Ich schwöre über Gott, ich kenne diese Thematik, aber guck mal. Und mit Nestle. Das ist jetzt zwar, die ganzen Skandale sind jetzt quasi hier nach und nach aufgeführt und so weiter und so fort. Hier, das hier zum Beispiel. Ist Nestle, soweit ich weiß. Kellogg's. 100% Nestle, wa? Ist Nestle? Bestimmt, wa? So. Hier, das hier. Kellogg's auch. Nestle. Ist alles Nestle. Weißt du, was ich meine? Also ich bin genau so ein Schwanz. Verstehst du? Ich bin genau so ein Schwanz. Obwohl ich von dieser Thematik wusste. Ja? Ich wusste es schon, ich weiß es schon lange, was Nestle macht mit Wasser und so weiter und so fort, ne? Ähm. Jetzt, das Ganze treibt es natürlich noch mies auf die Spitze, ne? Weil hier alles, quasi so, alle Skandale zusammengefasst werden, ne? Äh. Äh, Bruder, ich mein's wirklich ernst, Bruder. Ich mein's wirklich ernst. Ich bin ein Lutscher, dass ich es gekauft habe. Ich schwör bei Gott, ich bin ein Lutscher, Digga. Dass ich, ich bin ein Lutscher, dass ich durch diese beiden Käufe hier die ganze Scheiße mitfinanziere. Verstehst du, was ich meine? So. Sag ich dir ganz ehrlich? Nein, 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 Bruder. Oder Monopolstellen, das ist eine Ausrede jetzt, Bruder. Man kann die vom Markt fegen. Man kann die vom Markt fegen. Ähm. Ich hätte mir die Billigvariante davon kaufen können. Die gibt's. Und ich hätte mir auch eine andere Variante davon kaufen können. Wird vielleicht schon ein bisschen schwieriger, aber Nuss Nougat Bits. Verstehst du, was ich meine? So. Im Endeffekt hätte ich eine Variante gehabt, Bruder. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Hast du noch Custom-Bong, Bruder? Ich küsse noch dein Herz, Bruder. Ähm. Im Großen und Ganzen, ich hätte Ausweichprodukte. Wir alle haben Ausweichprodukte, aber wir sind uns zu faul. Wir sind uns zu, hier sind die Farben schöner, die Packung ist schöner, ne? Und alles. Und irgendwie sieht das kluspriger und ansprechender und süßer aus. Verstehst du, was ich meine? Das ist alles. Das ist alles. Die Ausweichprodukte sind günstiger und meistens schmecken sie entweder genauso oder zumindest gleich gut. Weißt du? So. Es ist halt nur eine kleine Umgewöhnung. Aber wir sind Gewohnheitstiere. Ich war zehn Jahre im Knast, Bruder. Ich war zehn Jahre im Knast. Wie soll ich sagen? Ne. Ich hab schon immer die Kellogs gegessen. Ich komm da nicht mehr weg. Ich bin da gewohnt. Ist meine Gewohnheit. Ich hab mich auch an zehn Jahre im Knast gewöhnt. Also kann ich mich auch an die Fake-Produkte von Kellogs gewöhnen, oder nicht? Weißt du, was ich meine? Die Frage ist halt nur, wie integer bin ich? Weißt du, was ich meine? Stehe ich hinter meinen... Also will ich überhaupt erstmal was ändern? Wie weit gehe ich für die Veränderung? Ne? Das ist... Ich schwöre dir bei Gott, Dicker. Ich schwöre dir bei Gott. Ich schwöre dir bei Gott. Und ich bin eigentlich ein sehr informierter Mensch. Weißt du? So. Und ich verteufel das aufs Schärfste, Dicker. Ne? So. Aber trotzdem bin ich ein Teil des Problems. Trotzdem bin ich ein Teil des Problems. Und jetzt sollte sich jeder hinterfragen, ob er nicht auch Teil des Problems ist. Und ob es nicht eventuell, wenn wir ein bisschen zusammenhalten würden und uns mal ein bisschen über die eigene Tellerkante mal hinaus sehen, ne? Das ist... Weißt du, was ich meine? Im Endeffekt sind wir alle Heuchler. Weißt du, was ich meine? So. Wir regen uns jetzt hier auf. Oh, die Kinder. Oh, dies. Oh, das. Oh, jenes. Und danach gehen wir schön zu irgendeinem Laden und kaufen uns diese Scheiße, Dicker. Und denken überhaupt nicht mehr drüber nach. Überhaupt nicht, Dicker. Richtig, richtig ekelhaft, Alter. Was ganz Persönliches zwischen mir und Nestle, würde ich sagen. Nestle hätte beinahe mein... Ist Pepsi auch Nestle? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Lass mal diesen Knastlock cancel. Er hat Nestle-Produkte gekauft. Pepsi gehört nicht zu Nestle. Ich bevorzuge auch Pepsi. Bruder. Ich bevorzuge auch Pepsi. Coca-Cola ist mir sehr, 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 sehr unsympathisch. ...designer getötet. Der Asthuhnfisch von Nestle, der mit Kolibakterien verseucht war und verbrachte vor genau einem Jahr einen ganzen Monat auf der Intensivstation und hat vermutlich bleibende Schäden davon getragen. Das war verdammt knapp. Nestle ist permanent wegen verseuchter Nahrungsmittel auf der Anklagebank. In Frankreich führte das letztes Jahr zur größten Kolibakterien-Epidemie des Landes. 75 Kinder erkrankten, zwei Kinder starben. Mehr als ein Dutzend hat schwere, langanhaltende gesundheitliche Komplikationen bekommen. Mitarbeiter aus dem entsprechenden Werk berichten in den Medien von katastrophalen sanitären Bedingungen in der Produktion. Die meisten Angestellten hätten sich nie die Hände gewaschen. An den Wänden der Produktionshalle hätte sich Schimmel gebildet. Und wenn sich Würmer auf den Abfertigungsbändern, auf denen die Pizzen transportiert werden, tummeln und der Lack am Metallgerüst absplittert, Essensreste, die Tage oder Wochen lang herumliegen, Zigaretten stummeln, den Auffangbecken der Soße befinden, dann könnte einem auffallen, dass da vielleicht irgendwas falsch läuft. Mensch, jetzt habt ihr euch nicht so. Beim chinesischen Milchskandal 2008 wurden sechs Säuglinge getötet und 860 mit Nierenproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Nachdem Nestle Produkte mit... Kannst du noch Pepsi trinken, nachdem sie die Rezeptur geändert haben? Ich habe es gar nicht mitbekommen, Bruder. Ich war so lange im Knast. Ich glaube, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Rezeptur geändert haben. Keine Ahnung. Ich habe auch irgendwann aus moralischen Gründen angefangen, Pepsi zu trinken. Ich war Cola-Junkie eigentlich mein ganzes Leben lang. Melamin kontaminiert worden. Das ist eine Substanz, die Lebensmittel manchmal illegal zugesetzt wird, um ihren offensichtlichen Proteingehalt zu erhöhen. Und sechs von Nestles in China hergestellten Arten von Milchpulver enthielten Spuren von Melamin. China meldete über 300.000 Geschädigte. Die Folge war, dass zwei Menschen hingerichtet wurden und mehrere lebenslange Haftstrafen verhängt wurden. Aber da fragt man sich doch, wie kann bei einem so reichen und so erfahrenen Konzern eigentlich immer wieder sowas vorkommen? Die Antwort, meine Freunde, liefert weißes Pulver aus Kolumbien. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mich so angezogen habe heute. Nein, guckt mich nicht so an. Er sieht echt aus wie Toni Montaner heute, Alter. Guckt mich nicht so an. Im November 2002 wies die Polizei Nestle Kolumbien an, 200 Tonnen importiertes Milchpulver stillzulegen, weil es gar kein Kok... Weil es gar kein Kok war. Weil es gar kein Kokain... Äh, ich meine, fälschlicherweise nicht nur als eine... Weil es gar kein Kok war. ...andere lokale Marke, sondern auch mit einem anderen Produktionsdatum umetikettiert worden war. Und einen Monat später passierte das dann nochmal bei 120 Tonnen. Ups. Also, sie verschiffen altes Milchpulver in Schwellenländer und tun da so, als wäre es frisch und lokal. Klar fällt das in Kolumbien auf, wenn jemand mit weißem Pulver Schabernack betreibt. Aber ihr habt es sicherlich erwartet. Nicht nur der Umgang mit Nahrungsmitteln ist irgendwie dirty, sondern auch die Art, wie sie die Umwelt behandeln. Etwa 17% aller Tüten- und Flaschenreste im Meer stammen von Nestle-Produkten. Natürlich sind auch die Fabriken schon problematisch. Beispiel. Im Jahr 2020 entsorgte eine Nestle-Milchpulverfabrik in Frankreich ihre biologischen Abfälle in den ... Kellogg's ist eine sehr alte Marke aus den USA. Okay, bedeutet das, Kellogg's gehört nicht zu Nestle, ja? Kellogg's, das heißt, ich habe mich gerade selbst gedisst. Umsonst oder was? Habe ich mich gerade umsonst fertig gemacht, Bruder? Willst du das damit sagen? Yo. Er schreibt aber ganz trocken, yo. Ah, Gott, Digga. Okay, aber Nestle hat gekauft. Ist ja noch früh. Nee, Bruder, für mich nicht. Aber Marcel schreibt, Nestle hat die aufgekauft, Digga. Marcel, woher hast du deine Informationen? Wir müssen das jetzt klären, Digga. Wir müssen jetzt klären, ob diese Kellogg's Nestle war oder nicht. Ich bin mir jetzt... Ey, ich schwöre. Hättest du mich vorher gefragt, ich hätte zu 90% gesagt Nestle. Aber jetzt bin ich unsicher. Hat Marcel Kaufvertrag gesehen? Ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn unterschrieben, Bruder. Vielleicht hat er den Deal unter Dach und Fach gebracht, weißt du? Ich bin geschäftlich drin. Da sind wohl ein paar Nestle im Konflikt. ... in örtlichen Gewässern und tötete rund drei Tonnen Fische. Der findige Entrepreneur würde jetzt sagen, supi, gleich noch ein paar Fischbüchsen gefüllt. Das Unternehmen hat nichts unternommen und keine... Fischbüchse. Digga, Fischbüchse. Das Wort gefällt mir irgendwie, ist so doppeldeutig. Fischbüchse, Digga. ... Fortschritte im umweltfreundlichen Sektor gemacht und sich überhaupt nicht mit dem von... Ich finde auch nichts, auch keine Anteile an Kellogs. Digga, Kellogs, Nestle etc. sind alles verschiedene Firmen, aber die Firmeninhaber sind dieselben. Ist so, als ob ein Chef fünf Firmen hat mit anderen Namen. Genau, das ist ja das, was ich am Anfang behauptet habe, Bruder. Das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Nur weil Kellogs eine eigene... Es kommt drauf an, ob sie zum Firmenkonglomerat dazugehören. Mir ist egal, ob Kellogs ein eigenartiger Dings ist. Weißt du, was ich meine, ein eigenständiger? Das ist so wie VW, Digga. VW hat Audi, VW hat Lambo, VW hat Bugatti, VW hat keine... Lambo, weiß ich gar nicht, aber... Ne, diese ganzen Dinger. Trotzdem denkst du, dass Audi eine eigene Marke ist. Weißt du? Aber das gehört zum VW-Konzern. Man bedenke nur den Abgasskandal von VW und so weiter und so fort. Digga, hinter jedem großen Unternehmen steckt ein Verbrechen. ... ihm erzeugten Abfall befasst. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ich glaube, wenn jemand mit einem guten Ruf sich eine Verfehlung leistet, hat er einen schlimmeren Ruf, als jemand, der permanent Schlimmes tut. Weil man gewöhnt sich an alles und denkt sich, ja gut, da haben... Ah, das ist doch Nestle, ne? So. Ja. Ist doch nur Nestle. ... haben jetzt wieder ein paar Kindersklaven in Afrika ihre Hände verloren als Bestrafung. So geht das halt zu bei Nestle, ne? Und ganz ehrlich. Die stecken alle unter der Decke, wenn du das so siehst, trotzdem nicht bewiesen, dass alles einen Kopf leitet. Ja, genau, genau. Und ich glaube, da wird es auch sehr schwierig, Bruder. Da wird es auch sehr schwierig, jetzt nachzuvollziehen. Wer zieht da die Strippen und so weiter? Wer hat da das Sagen? Ist es eine Person? Sind es mehrere Personen? Sind es vielleicht mehrere Personen, aber diese Personen chillen in einer WG? Weißt du? Wir finden es doch geil. Wir finden es geil, uns Aluminiumkapseln von Espresso mit winzigen Kaffeeresten zu kaufen, die wir dann für einen einzigen Espresso ausquetschen und wegwerfen können. Ja. 2019 in Deutschland allein 13.500 Tonnen Aluminium und Plastikmüll durch 3,4 Milliarden Kaffeekapseln. Es ist teuer, es ist scheiße und schlecht für die Umwelt, aber effizient. What else? Das gefällt den Deutschen. Man könnte das Konzept ja jetzt irgendwie generell hinterfragen und bei kleinen Fairtrade-Kaffeemarken einkaufen. Oder man fordert heimkompostierbare Kapseln auf Papierbasis. Da hast du vollkommen recht, Justin. Diese Nespresso-Scheiße ist der größte Müll. Ich bin kein Klimafanatiker, aber das ist wirklich unnötig. Ja, Bruder, ich auch nicht. Ich bin auch jetzt kein Klimaaktivist in dem Sinne, aber ich sehe, dass hier totale Scheiße betrieben wird. Auf der einen Seite muss ich meine McDonald's-Cola durch so einen Papierstrohhalm saufen, Dicker. Dicker, ich habe den Geruch einer Anklageschrift im Maul einfach, beziehungsweise den Geschmack im Maul. Und auf der anderen Seite siehst du, dass da Plastik und dies und das und jenes ist. Dicker, wollt ihr uns f***en, Alter? Sind wir so behindert, Dicker? Sind wir alle so dumm geworden, Alter? Jetzt noch im Ernst? Sind wir alle so dumm geworden, dass wir uns so verarschen lassen? Auf der einen Seite nehmen sie uns unsere geliebten Plastikstrohhalme weg. Und auf der anderen Seite installieren die so eine Kacke, Alter. Willst du mich komplett hops nehmen oder was? Aber jeder will so cool wie George Clooney sein. Ja, genau so, genau so, Dicker. George Clooney ist genau so ein kleiner Rattenfänger, Alter. Ich meine, das klingt ja voll gut, oder? Voll öko und so. Die vermeintliche Abbaubarkeit mag zwar unter Laborbedingungen möglich sein, mit den Gegebenheiten in der Natur hat das aber nicht viel zu tun. Unter natürlichen Bedingungen könnte der Abbau Jahre dauern und Lebewesen gefährden. Papierstrohhalm eingepackt in Plastik, das ist mein Humor. Das ist genau mein Humor, Dicker. Wenn der Papierstrohhalm noch in Plastik eingepackt wäre, dann würde ich schon wieder sagen, ihr seid drauf, ihr seid Marketinggenies. Dann würde ich schon wieder Orden verleihen wollen und so, weißt du? So, Leute auszeichnen. Zu noch mehr Plastikmüll in der Umwelt führen und von wirklich umweltfreundlichen Mehrweglösungen ablenken. Ganz im Gegenteil könnte... Ist es doch bei Capri-Sonne zum Beispiel. Oder Durstlöscher. Stimmt, Alter. Stimmt, hast du recht. Bei Meckes muss man sagen, ist es im Papier. Bei Meckes ist es im Papier. Aber du hast recht, Capri-Sonne, Durstlöscher und so weiter. Das stimmt, Alter. Die haben ja... Ey, ist das krass, Dicker. Das habe ich gar nicht... Stimmt, Alter. Stimmt, 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 stimmt. Dadurch sogar die Kompostierung der anderen Stoffe stark verlangsamt werden. Viele Kompostanlagen sortieren die Biokapseln als Störstoffe mühsam heraus. Es ist krass, Leute. Es ist krass. Das dickste Sandwich der Welt, Dicker. Wir machen gerade in Deutschland das dickste Sandwich der Welt, Alter. Damit werden wir noch ins Guinness Buch der Rekorde eintreten, Alter. Wie kamst du erst um drei? Ja, lange Geschichte, Alter. Lange Geschichte, Alter. Lange Geschichte. Washing ist schädlich für die Umwelt. Die ziehen aber auch voll durch. Ja, Bruder. Ich hole mir so einen Keramik-Strohhelm. Den werde ich immer mittragen. Weißt du?